okay das heißt sobald ich drin sitze werde ich abgeschossen die frage ist das problem können die ja das heißt die waren unten am hang irgendwo komisch bei zig leuten rearmen kann so ob wir alle so einen kleinen teil vom puzzle hätten was ich so an ausrüstung brauche natürlich echt unglücklich mal sehen ob ich irgendwas scannen kann in die richtung ich meine die müssen irgendwo da sein da ist die danger zone das heißt wenn ich das teil könnte schon wieder zu weit sein hier am beacon vorbei darunter fahr könnte es vielleicht funktionieren auf jeden fall meine idee die mich weiter bringen würde mal interessiert ob das wirklich eine einheit ist oder einfach nur eine patrouille oder so das problem ist so sporadisch wie die immer senden weil die halten ja nicht permanent kontakt sporadisch wie die senden ist das wirklich schwer zu machen okay quasi am bieten vorbei das tal runter und hoffen dass wir da wieder rauskommen das ist nämlich auch so eine sache junge junge die bremsen von dem ding sind schon recht gut da da mit ein bisschen glück umgehe ich so so im tag die gegner im tal die feuer tonne müsste hinter mir sein und ich höre keine schütze das ist doch schon mal was also habe ich sie tatsächlich umgangen danger zone exit das heißt ich bin ungefähr hier ein bisschen die auch ich kreuze die straße ja nach links eigentlich müsste ich da was sehen da unten sind lichter müsste eigentlich kommunizieren aber lasst uns die antenne wechseln es ist zumindest mal kein keine drohne aktiv das ist nur eine lampe für den hof scheinbar ich traue dem ding trotzdem noch nicht ganz das fahrzeug depot da jetzt endlich ein panzer nicht so aus als könnte ich durch die fenster raus oder rein ich kann nicht kann ich nicht speichern damit da ist kurz das kopf weggepackt nach oben ist zu bist gucken was habe ich 25 bis 5 laser das sind zwölf sieben das ist tatsächlich eine zwölf sieben die arm das ist doch gar nicht so schlechte scope warte das stimmt doch gar nicht das ist doch eine zwölf ich habe ja noch das andere das hat sich besser das alles wofür es jetzt hier gut war das ist doch mal kein fahrzeug vielleicht springfalle boom tot okay warum sollte hier ein scharfschütze sein okay alles klar gehen wir mal kurz zurück zum lkw jetzt könnte man eigentlich mal kurz erstmal kurz gucken man müsste die 3 4 4 5 5 5 10 5 5 10 5 7 Fuel Consumption, Transport Soldier, Maximum Load, Hammett Transport, Hammett Covered, Hammett Box, Samet Transport. Okay, ich bin knapp unter der, okay, ja, ich bin knapp unter dem Maximal-Lade-Ding, da wird nur noch der Hammett drüber sein, Hammett Box, Hammett Covered, Hammett Transport, und ich habe eben ein Samet Covered? Ja, um, das war so eine Frage, die ich hatte. Das heißt, ich habe schon ziemlich die maximale Ladung, was ein bisschen traurig ist, weil so viel habe ich jetzt da auch noch nicht reingepackt. Das Einzige, was ich jetzt eben machen würde, wäre, ich würde beide schwere Waffen mitnehmen wollen. Hätte ich gewusst, dass da unten nur eine Leiche rumliegt, wäre ich direkt runtergefahren, aber, naja, woher soll man es wissen, ha? Woher soll man das wissen? Okay, Inventory. Stimmt, wir haben ja jetzt ein bisschen Platz gemacht gehabt, guck mal, die 9mm, die kann eigentlich auch raus. 6,5, die ist zwar auch schön und schießt schnell, aber... So, dann erstmal alles an 7 Punkt raus, was extra war. Ach, ne. Inventory. Dann kommt auch die ganze 12.7 raus. Gehe ich nämlich mit der... Ohne Munition, ohne jegliche Munition zu ihm hin und... Der hat nicht mehr dabei. Oh, habe ich jetzt seine... Oh ja, ich kann ihn cheaten. Ich habe seine... Oh, er hat Explosives dabei. Das ist nicht schlecht. Ähm... Dann nehme ich meinen Carrying Rig. Ja, das war ziemlich... Okay. Komisch, dass ich bei ihm nicht rearmen konnte. Weil der hat ja doch noch Munition dabei. Inventory. Keine Explosives. Carrying Rig Woodland. Explosive Resistance. Geht raus. Geht raus hier. Explosives. So. Jetzt kann ich nur noch Waffen wechseln. Weil die Dinger so groß sind. Sorry. Weapons? Eh. funktioniert das eigentlich und zwei waffen also hier um sieben da raus die sind ja auch gar nicht das heißt wenn ich jetzt einen erschießen dann kommen es alle mit ok das heißt ich müsste die wieder umgehen positionen die ich abfahren muss habe ich zur afro noch ein objektiv da investigate wäre investigate und immer mal nehmen wir das mal als hauptpunkt für das erste ja ansonsten mal gucken ich muss hier lang sonst habe ich ab dann muss ich jetzt war ich den bogen ach so ich hatte mir gemerkt da war ja ein jetzt auf der linken seite ein baumstammlager bei dem wollte ich jetzt weiß ich was mich was mich von dem von der spur bringt oder aus der spur bringt was die karte angeht der maßstab der maßstab ist viel größer als es ist viel kleiner in dem fall als gewohnt save game please wait entering danger zone genau das logpiles hier links müsste ich irgendwo hoch wenn ich das sehen kann mal hier von das sieht aber das ist nur ein baum ok sieht machbar aus vielleicht hinter dem baum vielleicht hinter dem baum jetzt fahrt ich hier nicht fest jetzt fahrt ich hier nicht fest jetzt fahrt ich hier nicht fest oh ok hoffen wir mal dass keine weiteren verstärkungs truppen hier angekommen sind weil das würde dann ein problem für mich darstellen obwohl es hat ja eh gespeichert von daher ja aber für gewöhnlich sollten eigentlich keine keine truppen hier lang fahren wenn ich nur ein toolkit finden würde bei meinem glück bin ich schon an bestimmt fünf stück vorbei gerannt aber naja so dass er sicherste posten hier das heißt ich fahr hier 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 vorne links rechts einfach nur geradeaus bis wir wahrscheinlich eine sprachnachricht bekommen oder angefunkt werden besser gesagt das ding ist immer außer betrieb das ist schön oh jetzt bin ich schon ja gut ich könnte noch mal scannen tatsächlich mit denen wollte ich mich nicht allen anlegen Ähm Scheit Berlin Entity Ähm Der hat aber von einem neuen Signal gesprochen In dem Frequenzbereich Was hat da oben geblinkt? Wenn ich das jetzt einen Mörser auf mich angesetzt habe Hm Meint ihr die haben Raketen da? Weil ich dürfte eigentlich keine mehr haben Sorry Ich habe keine Raketen zum Nachladen Ich meine wenn das ausgekühlt ist Könnte ich eigentlich die Leichen durchsuchen Aber ich will tatsächlich gerne mal gucken Ob die Raketen da drüben haben Bin mir nicht ganz sicher Aber Ob das dann jetzt die Verstärkung war Für Für den Trupp Ähm Ja gut Da gibt es kein Inventar mehr Sorry Ja der hat natürlich auch nichts Vielleicht haben wir hier Glück Alles klar Ich hätte eigentlich gedacht hier wäre irgendwas Die davor geparkt haben Ich dachte das wäre schon Irgendwas gepanzertes mit Kanonen oben drauf Aber Offroad Ach das ist eine Ah jetzt erkenne ich es Okay Ist eine Waffe Oh Waffen Das sind alles 6,5 Und 7,6,2 Wäre wahrscheinlich das Einzig Interessante Hier Das ist P90 Kennen wir das eigentlich Yes 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 Warum haben die Hardcore Sniper Munition Haben die meine? 12 Ey die haben nur 48 Sorry Ah Anti-Tank AT-Mine Meine Nein So Da ich nicht mehr hier lang muss Port Anti-Tank Inventory Anti-Personnel Mein Ach die kannst du einfach so tragen Tripwire Mein Okay Dann Oh da Put Put AP Mine Nur jetzt vorsichtig sein Dass ich da nicht mehr durchlaufe Und Da ich eigentlich auch nicht mehr hier hin muss Ähm Anti-Tank Anti-Personnel Keine Ahnung Warum nicht Ich hab's ja Jetzt darf ich nur nicht mehr da in die Ecke gehen Sonst flieg ich in die Luft Und ich sollte den Bogen von der Straße machen Sicher ist sicher Nee Inventory Tripwire Explosive Charge Satchel Satchel kann ich nicht mitnehmen Okay Tripwire Lass mich eine Tripwire Hier legen Tripwire Oh ja Okay Und dann da eine Das ist okay Explosive Charge Oh ja Sicher ist sicher ne Explosive Lass ich das Ding explodieren Zusammen Und die haben tatsächlich keine Die haben 12 Mill Als Als Munition hier Aber keine 12 Mill Waffe Das ist ein bisschen Das ist ein bisschen Na gut Explosive Charge In die Mitte Und wir hatten eine neue Frequenz Neue Frequenz Ohne Ohne Dauerfeuer auf den Frequenzen ist es schwer So Oh jetzt könnte ich eigentlich Das ist ein bisschen Ich hab mich Ich hab mich Und ich hab mich